Ein typisches Propaganda-Video der Identitären. Sie sind extrem aktiv im Netz. Jung, national, geleitet von Werten. So wollen sie wirken. Und so wollen sie neue Unterstützer anlocken. Diese Bewegung stellt sich als eine Art Rechte-Neue-Jugend-Bewegung dar. Das ist aber mehr Maskerade. In Wirklichkeit handelt es sich um eine rechtsextrem ausgerichtete Kaderbewegung. Die Identitären setzen auf Angst. Angst vor Zuwanderern, vor allem vor Muslimen. Sie hetzen mit Aktionen wie hier mit der, so wörtlich, Burka-Invasion. Ziel der aktuellen Regierung sei ein großer Austausch der Bevölkerung. Fremde würden Deutschland übernehmen. Immer wieder fällt dabei der Begriff Ethnopluralismus. Heißt? Der Rassismus soll eigentlich ein anderes, ein positives Anlitz bekommen, in dem man sagt, die Völker sind verschieden und passen nicht zusammen. Deswegen hat zwar jedes Volk seine Berechtigung, aber bitte in seinem eigenen Land und eine Durchmischung macht die Völker kaputt. Ein Rassismus, der versucht wird, in einem neuen Gewand besser verkauft zu werden. Sie inszenieren sich als die intellektuelle Abteilung der neuen Rechten. Experten sehen sie auch als Bindeglied zwischen weniger Gewalttätigen und Extremgewaltbereiten. Man kann feststellen, dass ihre völkisch-nationalistischen Untergangsszenarien, die sie entwerfen, quasi zur weltanschaulichen Blaupause für zum Beispiel rechtsextreme Attentäter wie den Attentäter in Christchurch in Neuseeland werden können. Der war ein Anhänger der Identitären. Er hatte ihnen sogar Geld gespendet. Mitte März dann erschoss er in zwei Moscheen 51 Menschen.